Das ist eine wahnsinnige Veränderung. So könnt ihr da hin. Ihr habt ja gesehen, dieses Buch aufzukaufen. Oder schicken Sie doch mal meinen Kanal. Können Sie ihn abonnieren. Ich darf nicht mal voraus. So kannst du ja hin. Denken Sie dran, meinen Kanal zu abonnieren. Und das ist eine große Chance für Veränderungen nächstes Jahr. Denken Sie dran und ich kämpfe. Wie meine Freunde, Naomi. Ich denke, die zur Kanalkanarin. Und ja. Ich danke für Ihr schönes Buch. Hören. Und noch weitere Buchstaben. Für Ihnen haben Sie von Ritz und Martin Sänger. Als Statistische Kiezen und Regulation. Alle Forscher. Ja. Und wir freuen uns alle schon auf die Neuwahlen. Wir freuen uns auf die Alternative gehen. Das ist die größte Chance. Ja. Ich danke für jeden Kommentar, den ich erhalte. Das ist ein Live-Video. Und ja. Ja. Dann schließe ich Ihnen noch das Buch. Jiemals zweimal den selben Buch ist. Hm. Ja. Ich bin ziemlich froh. Über die erste Art des Zuhörer. Und wünsche Ihnen noch eine Spendung. Ja. Ich bin noch das Buch. Und dann sagt's da, ich bin noch den Martin zum Schiff aus. Dätige Acosta sind ja auch die Verklang hin. Ja. Und jetzt habe ich doch den Verlag an Kallus. Und ja. Ich wünsche Ihnen auch soweit noch alles gut und jetzt kämpft ruhig weiter, damit unsere Demokratie fühlen kann. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und einen feierlichen Kartenbeweg bei 2021. Tschüss.